Musik Hi, ich heiße Andreas Nymphür und ich bin Cheftrainer der Flotten Pfoten. Seit 2003 sind wir eine Arbeitsgemeinschaft im Club für britische Hütehunde in der Landesgruppe Weser-Ems. Auf unserem kleinen Hundeplatz in Edelsen bei Bremen trainieren wir Agility und Obedience. Und was wir im Agility so alles drauf haben, das möchte ich euch heute zeigen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es geht an die Pfotenflitzer mit 1.780 Pfoten! Happy Birthday! Wir sind auf jeden Fall dabei! Wir sind auf jeden Fall dabei! Hier sind die Pfotenflucht die Pfotenflüge der Pfotenflüge zu lassen. Hier sind die Pfotenflüge der Pfotenflüge der Pfotenflüge mitgliedenlieemen. Was ist gerietig? Musik 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 Musik